Mh, genau, genau, genau. Hm. Hm. Ne, ich mach's wohl anscheinend schon richtig. Aber in dem Ding steht, ich soll sogar noch meine Gasmaske aufsetzen dabei. So, jetzt hab ich keine Granaten mehr. What the f? Okay, jetzt muss ich nochmal rausfinden, wo ich diese fucking Granaten nochmal herkriege. Oder ich lass mich eben töten. Das ist natürlich noch die leichtere Methode. Weil so bin ich dann wieder in dem Stand von davor. Auf der Etage quasi. Also. Warte, mit der Zigarette? Das kann sein. Das ist noch ein Trick, Pneo. Stimmt. Würde Sinn machen. Das klappt leider nicht. Da noch nicht. Später wär's mit Sicherheit gegangen, aber jetzt nicht mehr. Okay. Scheiße. Ich brauch'n paar Gegner. Mach' mal Alarm. Danke. Der tötet mich auch. Ich lausche schon extra in euch rein. Tötet mich. Ich bin zu stark geworden. Herbert ist zu mächtig. So. So. So mach' ich's mir ein bisschen schneller. Hauptsache, ich arbe... Komm' ich wieder auf dieser Etage raus. Bitte, 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 bitte. Glück gehabt. Worst Case wäre gewesen, dass ich auf der anderen... Ähm... Ihr wisst schon. Definitiv Worst Case wäre gewesen... Mhh... Kugel kam gerade an. Ich bitte dich. Ich bitte dir! Er hat noch mehr. Ich wollte doch gerade zuhauen. Also. Okay. Ich schluck den Scheiß gerade wie nichts. Ja. Er erinnert sich. Sehr gut. Damit explodieren die? Geil. Da hat der Pfeil gerade den Gegner getötet? Wie geil ist das denn? Ja. Der Pfeil tötet sie. Wie geil. Da hab' ich gerade ein bisschen nicht aufgepasst. Ups. Scheiße. Was mach' ich denn? Also. Okay. Ich war gerade umgelegen. Was mach' ich denn befolgt? Ja. Entdeckt werden ist schon mal Fehler Nummer 1. Aber trotzdem. Er will ja nicht einfach nach... Er will... Er will... Der Wind will ja einfach nicht nach Norden sch... Was soll ich tun? So. Übrigens hab ich das aus Versehen. Ich muss ihr nochmal kurz nochmal nachgucken. Vielleicht muss ich genau am Rand... Wie hart mich das Spiel gerade... Einfach nur troll. Das ist so nervig. Wahnsinn. Ich muss an den Rand des Balkons gehen. Vielleicht ändert das was. Probieren kann man's ja. Komm schon. Geht in den Fall des Todes. Dankeschön. Komm schon. Ach, hi Becky. Na? Ja, bei Becky müsst ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Ist ne Kollegin von mir, die auch auf der Alliance kennengelernt hat. Am Alliance stand, auf der Gamescom. Ur-Sympathisch, sau-cool drauf. Müsst ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Ah. Come on. Das ist ja ein altes Spiel. Na klar ist das ein altes Spiel. Singen so hin. Metal Gear 2 auf dem MSX 1990. Was mach ich verkehrt? Wieso geht der Wind nicht nach Norden? Ist doch, ist doch nervig. Ja, töte mich. Komm. Seltsam. Irgendwas, irgendwas läuft hier ganz schief. Eigentlich muss der Wind sich irgendwo mal nach Norden verbreiten. So. Wieder schön weiter nach da. Genau. Das kennen wir ja alles schon. Jetzt kommt er hoch. Was ist das für ein Geräusch? Da oben kann ich jetzt nicht lang, weil der guckt gerade genau in meine Richtung und entdeckt mich sofort, wenn ich das tue. Come on, come on, come on, come on. Du hast noch nie eins in der Spiele gezockt? Ist jetzt nicht weiter schlimm, aber du hast eine Lücke. Dann solltest du vielleicht diesen Stream verfolgen. Alter. Ich bin langsam so hart genervt von diesem Alarm. Weißt du, das ist echt krass. Come on. Überlebe ich's? Bitte, ich muss den Alarm weg haben. Ich will Ruhe haben diesmal. Okay. Ja, ruf mich meinetwegen so oft an du willst. Normalerweise kommt der Wind von Süden, aber der muss nach Norden wehnen. Also, dass man die alten Metal Gear Teile nicht gespielt hat, ist auch noch sehr üblich. Also, das ist nicht überraschend. Ähm. Also, wie gesagt, Becky spielt auch vor allem zum Beispiel auch gerne die Final Fantasy Reihe und so. Von daher könnt ihr bei ihr da auf jeden Fall auf ihrem Kanal auch vorbeigucken. Sie ist cool drauf und, äh, gerade was Frauen angeht, hat sie eine sehr angenehme Stimme. Es gibt eine Menge nervige Stimmen da draußen, deswegen ist es echt cool, dass es da auch mal ein angenehme gibt. So, jetzt muss ich eben mal ganz kurz nochmal ein Metal Gear 2 Walkthrough mir besorgen, noch einen anderen. Weil anscheinend, äh, gibt's hier irgendwie einen Trick, den ich nicht beachte. Oder gerade vergessen habe oder sonst was. Ist das dasselbe? Ja. Das hier. Äh. Da, 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 da. Zu weit. Nein. Nein, das auch nicht. Oh Gott. Wo ist es denn? Okay. Die schreiben wirklich überall, dass man unbedingt die Gasmaske aufsetzen muss. Nur, das ist mir halt neu. Ich muss das mal verstehen. Das ist irgendwie seltsam. Hm. Komisch. Na ja. Egal. Wird schon hinhauen. Ähm. Dann mache ich es halt mal so, wie es das Spiel sagt. Ich setze meine Gasmaske auf. Mach die Gasgranate. So. Weißt du was? Ich mache jetzt einfach mal den Hängengegleiter. Jetzt habe ich mich gerade wirklich selber getroffen. Okay. Ich kenne Snake nur aus Super Smash Bros. Ach Gottchen. Ja, Metal Gear Solid ist eine geile Reihe. Könnte ich gerne einen Tag spielen. Bin ich auf der richtigen Stelle? Was ist denn das? In was haut ich echt gar nicht hin? Metal Gear 2 Glider. Okay, überall steht echt nur, dass ich die Zigaretten rauchen soll. Und dann kann ich den Glider benutzen. Also, brauche ich die Zigaretten. Glider. Jetzt ging es. Nicht drüber nachdenken. Nicht zu viel drüber nachdenken. Altes Spiel. Snake brauchte wohl noch eine Zigarette für die Nerven. Okay. Auf einmal konnte ich nach oben drücken und das war's. Ach, Becci, hier waren schon ein paar andere Rätsel, wenn man echt Schwierigkeiten hatte. Hier gab es ein Klopfrätsel, da musst du so Klopfzeichen erlesen können. Das steht im Handbuch, wird dir gesagt, das Handbuch, das du bei der Playstation 3 Version gar nicht mitfasst. Von daher sitzt du da auf dem Arsch und musst einen Guide lesen. Alte Spiele halt. So, da sind wir. Gott sei Dank, ey. Damn. Okay. Haben wir den Scheiß hinter uns. Und dann machen wir weiter. Nach rechts sind wohl Feinde. Okay. Aber nach links erstmal. Ja, supergeile Animationen. Mausen kannst du. Echt? Du kannst richtig Mause-Code selber so. Das hatte ich früher mal ein bisschen so, naja. Das war Idiot. Obwohl ich hab dann versucht, ein bisschen Mause-Code zu lernen. Dadurch mit meinem Freund, einem Freund damals, hatten wir so Walkie-Talkies. So billig Walkie-Talkies. Und da stand immer der Mause-Code drauf und so. Dann haben wir das ein bisschen hier und da geübt. Und versucht uns so Nachrichten quer über den Spielplatz zu schicken. Das war ganz cool. Ja, was kreative Ideen angeht, hast du sowieso mal mit Lugier mehr als genug. Das stimmt. Ah. Knapp. Muni. Muni. Ach, ich hab schon genug Muni. Okay. Pfadfinderin. Ah, eine echte Pfadfinderin. Nicht schlecht. Jetzt krieg ich Gasgranaten. Das ist ja lieb. Ich glaube, das mit der Windrichtung haben sie übrigens... Ich glaube, das ist jetzt mal meine Theorie. Das mit der Windrichtung haben sie rausgenommen. Und zwar für die Playstation-Version. Für die neue HD-Version quasi haben sie das rausgenommen. Da folgt man sich immer in der Ration. Und dann... Ui. Geht sofort los hier. Gar nicht übertrieben oder so. Okay. Immer noch 35 Zuschauer. Schön. Schön. Freut mich. Schön, dass wieder so... Äh... Ein sehr guter Schnitt seit Montag an. Schon seit dem ersten Stream so gehalten wird. Freut mich mega. Richtig geil. Na komm, haut ab. Er ist nicht hier. Geht weg. Er ist nicht hier. Und die ganzen Gerätten gequatscht hat mich gerade ein bisschen nervös gemacht. So. Was? So viele Menschen, die Alex zusehen? Komm vor. So. Komm. Raus hier. Ah, jetzt kommt diese Stelle. Genau. Richtig abgefahrene Stelle. Okay. Da kann ich noch gar nicht rein. Okay. Ich glaub, hier außen ist sonst auch nichts. Ich rauch jetzt eine und dann springe ich mit einer Tüte vom Balkon. Mal gucken, ob ich auffliege. Tu's nicht, Yasios. Tu's nicht. Das kann ich dir jetzt so schon sagen. Tu's nicht. Bitte. Bitte. Bitte bleibe mir, dem Stream und der Welt erhalten. Es gibt noch viel zu viele gute Videospiele. Bitte. Tu das nicht. Tja, bei Alex wird's auch selten langweilig. Oh, CJ. 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 Mein Herz. Oh. Dankeschön. Alle paar Wochen mal aus für den Kanal anzukündigen, wirkt echt Wunder für die Views. Chief. Chief, dazu brauch ich nichts sagen. Alex, dadurch, dass Snake eine geraucht hat, ist der Südpol geschmolzen, dadurch dreht sich die Erde schneller. Und einen Tag dauert jetzt eine Cutscene. Durch diese Ungleichmäßigkeit ist Jesus aus dem Himmel gestürzt und in die Windrichtung geändert. Ah. Okay. Cool. Danke. Leuchtet definitiv ein. Woran soll's sonst gelegen haben, ne? Macht vollkommen Sinn. Danke. Danke. Ich merk schon, du bist ein Doktor deines Fachs. Komm schon. Ihr seid beide aber auch ein paar Kattenköpfe, ne? Oh, nee, nee, nee. Ich war mir nicht sicher, ob ich schnell genug dort bin. Okay, ich hätte jetzt zweimal hin und her laufen können. Aber man weiß das ja vorher manchmal nicht. Jetzt aber. Leute, ewig lange. Dann nehmen wir mal lieber links das Tor. So. Stationen hab ich. Drei Stück. Ist doch immerhin mal etwas. So. Äh, nee. Das ist Karte 7, genau. So. Was ist die Geschichte in diesem Spiel? Gibt's da eine? Ja, da gibt's schon eine. Auch wenn sie noch relativ rudimentär ist. Ab Metal Gear Solid 1, am Freitag, wird auf jeden Fall die Story deutlich intensiver. Aber teilweise gibt's noch sehr cheesige Dialoge. Viel schlimmer als in den späteren Teilen. Ich habe auf dich gewartet, Snake. Ich bin Jungle Evil. Der unangefochtene Meister, was Dungelüberfälle angeht. Jungle Evil? Really? Lass uns nachsehen, ob du eine echte Schlange bist oder nicht. Diese Pants. Okay, wie seh ich die nochmal? Metalldetektor? Nee. Ich hab aber grad was bewegen sehen. Wenn er sich bewegt, seh ich's also. So, also. Ganz simpel. Ja, ich hab' immer geraten. Also doch lieber das hier anziehen. Ja, ich muss die Welt retten. Quasi. Nee, jetzt sind wir vor allem in Metal Gear. Es geht aber darum, dass die Ölvorräte der Welt ausgeschlagen sind. Und ein Biologe namens Dr. Kiyomarv, ein tschechischer Biologe, hat etwas entwickelt, wodurch man einen Mikroorganismus entwickelt, mit dem man... Oh, ich bin grad so ein bisschen durcheinander. Äh. ...mit dem Erdöl synthetisiert werden kann. Also künstlich hergestellt werden kann. Und das wurde vom Land Sansibar geklaut, weil das im Land Sansibar auf einmal neue Mächte das Land übernommen haben und seitdem sehr aggressiv sind und Nuklearwaffen ausrüsten und andere Länder überfallen. Und wir sind hier, um das zu stoppen und rauszufinden, wer hinter all dem steckt. Und wir haben schon gehört, dass es wohl anscheinend wieder mal unser Feind, wie auch schon in den ersten Metal Gear, Big Boss, anscheinend in dem Ganzen steckt. Das ist so die grobe Kurzzusammenfassung. Der war genau unter mir. What? Oh, ich hab einfach mal geschossen. Klappt. Nicht mehr viel. Ja, das ist Jungle Evil. Definitiv. Der Beste seines Fachs. Mann, war der Kampf echt so einfach? Ich hab den voll schwer in Erinnerung. Wo ist er? Boom! Das war's. Okay. Soviel dazu. Karte Nummer 8. Et voilà. So, dann haben wir das also, den Salat. Das war doch easy. Also, jetzt haben wir Karte Nummer 8. Herbert. Herbert. Was finden wir hier? Kameras. 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 Also, den guten alten Pappkarton rausgeholt. Kennen wir ja schon. Das alte Spiel mit dem Pappkarton. Ah, ich bin zu früh. Oh. Gas. Ah, das war dumm. Ich war zu langsam. Ein Boss im Kornfeld ist immer da. Denn es ist Sommer. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss anscheinend doch eher die Variante benutzen. Immer noch über 30 Leute. Geil. Schön. Sehr schön. Ah. Gut. Okay. Was geht denn hier? Karte 7. Blau. Blau. Ah ja. Einfach Rotbrille. Uh. Irgendeine Art Ei aufgehoben. Ein Ei, das aus dem Biolabor stammt. Sieht nicht essbar aus. Sein Zweck ist unbekannt. Ein Jill Sandwich. Sehr gut. Wofür sind die Dinge überhaupt da? Da kommt man doch einfach durch. wieder irgendeine Art Ei. Alex war Jungle Evil gerade der vorletzte Boss. Da fragst du was. Ne. Ne, ne. Definitiv nicht. Da kommen noch mehr. Zwei mindestens noch. Okay. Die Karte. Immer das ausprobieren. Kameras gehen gerade nach unten. Wollte ich gerade sagen. Aber so viel dazu. Vor allem jetzt wird nur Gas ausgeströmt. Es kommen keine Gegner. Schon faszinierend. Ja, Philipp. Gönn dir mal ein Alkoholfreis. Gönn dir. Und die Eier schlüpfen übrigens irgendwann. Und ich muss sehr aufmerksam sein, was da schlüpft. Irgendwas habe ich gerade aufgehoben. Stimmt, Rationen oder so. Ich weiß es nicht. Alex soll jetzt nekert zwei Eier in der Hose. Kein Kommentar. Da ist das. Wie geht das nochmal? Da. Boom. Glück gehabt. So. Weil aus dem einen schlüpft einfach mal eine Schlange. Und diese Schlange geht dann durch mein Inventar. Krabbelt sich da durch. Und sobald sie zu meinen Rationen kommt. Frisst sie meine Rationen auf. Richtig mieses Drextvieh. Deswegen. Das Ei hier wiederum ist schon wichtiger. Ach ne, hier brauche ich wieder Karte 7. Zeit für ein Hopplett. Nein, nein, nein. Dass das aus diesem Ei kommt, das wird nicht gegessen. Das brauchen wir. Weil das wieder ein Rätsel der ganz bescheuerten Art ist. Ich frage mich, ob er überhaupt drauf kommen kann. Wenn ja, wie. Ja, genau. Der hat sich gerade mal wieder umgedreht. Genau in dem Moment. Ich habe es aber nicht sehen können. Ja, ich weiß. Das Ei schlüpft noch. Okay. Kommen da Dinos raus? Ne, da kommen keine Dinos raus. Tut mir leid. So. Außer du zählst Schlangen als Dinos, wenn du es so sehen willst. Irgendwie so. Alex, jetzt hat er eine Schlange und ein Ei in der Hose. Tja. Hitler-Style. Ein Ei und eine Schlange. Egal, lassen wir das Thema. Da ist es. Da ist unser Ei. Mal atmen wir mal ab. Ich glaube, ich muss es einfach nur in der Hand haben. Ja. Der Uhu hat gerade ein Geräusch gemacht. Und zwar Uhu. Und dann denkt er, es ist Nacht. Und oh Gott, nein. Ich werde zu spät kommen. Deswegen macht er dieses Ding aus. Kein Scherz. Das ist das Rätsel an der Stelle. Man muss den verdammten Uhu benutzen, um hier weiterzukommen. Auch wieder so etwas für den Fall. Wie soll man das ohne Geiz zum Teufel nochmal wissen? Ich hätte ihn gerade fast getötet. Okay. Jetzt hat er eine Schlange und eine Eule. Aus dem Ei schlüpft. Metal Gear X. Nein, nicht ganz. Okay, aber jetzt können wir uns ja in Ruhe in dem Lager umgucken. Aber wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dieses Rätsel ist dezent bescheuert. Ganz dezent bescheuert. So. Ah, richtig geraten. Wieder grüne Ananas, ein bisschen Munition für Herbert und Plastik Sprengstoff. Immer schön. Okay. Aber warum in der Nacht ausschalten? Tja, Duplo. Das ist die Frage aller Fragen, ne? Warum zum Teufel? Wäre es nicht cool, die Spiele chronologisch zu spielen? So gesehen spiele ich sie gerade jetzt vom Release her chronologisch. Aber, ähm, ups, Entschuldigung. Aber, ähm, nein, man sollte sie nicht von den Jahreszahlen her spielen. Weil, dann müsste ich jetzt Metal Gear Solid 5 spielen und danach erst hiermit anfangen. Ah, ah. Ne. Von daher, nein, man sollte sie wirklich nach der Reihenfolge, in der sie rauskamen, spielen. Das ist definitiv die richtige Variante. Weil, man lernt in jedem Teil immer mehr, was im Endeffekt auch mehr Sinn macht. Ihr seht eine Menge Ratten im Gefängnis. Sie stehlen alles Mögliche und es bringen es in ihre Nester. Die Erwachsenen versuchen es sogar mit Schwefelsäure, um die Ratten loszuwerden. Alter. Für Gottes Willen. Nachts sparen. Nachts sparen. Oh. Die Strom deshalb ausschalten. Ah. Ah. Oh. Oh. Das ging fix. Schauen wir erstmal hier oben, was gibt's denn hier? Oh. Sympathisch. Hier komme ich wahrscheinlich wieder raus. Ah, okay. Damit komme ich dann also dort hinten raus. Aber schauen wir uns erst nochmal im Rest des Lagers, bevor wir uns dort reinwagen. Ja, man kommt auch nur dort dorthin. Okay. Aber ein Häuschen haben wir noch, äh, weggelassen. Das ist ja. Guck woanders hin. Danke. Genau das Häuschen da oben brauchen wir noch. Dazu muss ich... Ah. Okay. Ich glaube, ich kann hier langlaufen. Ja. Kann ich. So. Ah, okay. Nur Kinder. Der einäugige Mann ist wie ein Vater für uns. Er mag keine Erwachsenen. Ja, der einäugige Mann. Der wird immer wieder erwähnt. Ich will Schokolade. Mister, hast du eine B1-Ration? B1-Ration enthalten Schokolade. Ähm, ja. Danke. Übrigens sagt er das an einem speziellen Grund. Und später ist das eine nützliche Info. So bescheuert es klingt. Die Dose ist einfach mal so groß wie der Mensch. Na, Mecki. Mecki, Mecki, Mecki. Also, da kannst du auch danach gehen, dass, äh, dass Mario auch anscheinend Riesenpilze liebt. Und, weil die Pilze, die er da isst in Super Mario, die sind auch ein bisschen größer als er, ne? So. Jetzt ganz fix. Richtige Karte. Rote. So. Alex, Snake kann halt alle Waffen auf dieser Erde blind benutzen, aber es ist irgendeine Art. Egal, was es ist. Und ich schwöre bei Gott, wenn Snake außer zwei Eier in ein Solid Snake und einem Uhu noch eine Ratte in der Hose hat, werde ich durchs Land sterben. Kann man Mecki, Mecki, Solid Ground Zeroes mit dem PS3-Controller spielen? Ähm, da es Mecki, Solid Ground Zeroes auch für die Playstation 3 gibt, klar. Aber wenn du jetzt am PC meinst, äh, Playstation-Controller sind meistens ein bisschen schlecht anzuschließen, zumindest die älteren am Rechnern werden oft schlecht erkannt. Von daher würde ich eher zum Xbox 360-Controller tendieren. Alex sagt ja nicht zu oft, aber, ähm, da ist Whisky auch in Ordnung. What? Das hab ich grad nicht verstanden. Wartet mal. Gibt's da noch irgendwas? Nö. Okay. Gut. In diesem Spiel kann mich nichts mehr überraschen. Ja, das ist wirklich so. Ich verstehe, was du meinst. Na. Guck woanders hin. Genau. Ein Aufzug. Fantastisch. Was kann jetzt noch groß kommen, ne? Was kann jetzt noch schief gehen? Nichts. Geht's nach oben? Nein. Es geht nur nach unten. Uh. B3? Tiefer nicht? Ne. Ein M-Trink-Spiel. Ach, du Scheiße. Ja, viel Spaß bei einem M-Trink-Spiel. Ich glaube, ich sag's noch relativ selten zu Toffees. Was? Wer ruft mich da an? Ich bin es. Dein größter Fan. Snake, sieh dich vor. Du hast Gesellschaft bekommen. Night Fright, der letzte Überlebende von den Whispers. Du weißt schon, die legendäre Guerilla-Einheit. Night Fright. Er trägt einen ultramodernen Tarnanzug, der macht ihn praktisch unsichtbar. Nicht nur dem, sondern auch angreift er dich mit einer Pistole. Nicht nur dem, sondern auch angreift er dich mit einer Pistole, die absolut Geräusch muss sein. Das ist echt mal geiles Deutsch. Alex kennt Howe Matthew Maffer nicht auswendig. Oh Gott, des Willen, nein. Kaum geguckt in meinem Leben. Ne, danke. Ich hab nicht mal einen Fernsehanschluss, von daher. Noch nie hat jemand auch nur sein Gesicht gesehen. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Was bin ich doch für ein Glückspilz? Ich habe einen Fanclub. Benutze deine Ohren, Snake. Ende. Und aus. Alex, das kann einem mit... Jetzt ist er auch hier. Er ist irgendwo hier unterwegs. Übrigens kann ich mir meine Schutzweste anziehen. Aha. Jetzt fahrt er nach rechts ab. Ah, ah. Man hört die verschiedenen Untergründe. Warum hat er auch so einen Raum, wo man die einzelnen verschiedenen Geräusche hört? Ist das der dümmste? Die legendäre Spezialeinheit. Herbert, zeig sie. Vor allem wie immer... Okay, jetzt ist er da oben. Vor allem sieht man, von wo er schießt. Nicht mehr viel. Ah, okay. Da bist du. Easy. Boom. Fuck you, Night Ride. Wer hat Angst im Dunkeln? Snake nicht. So läuft das. Okay. Soviel zum Boss-Hype. Wenn man das Boss-Hype nennen kann. Alex, wir haben die 40 Zuschauer fast geknackt. Ja, auf jeden. Sau geil. Das geht noch. Ah, jetzt geht die Scheiße los. Ja, das ist... Ich nenne es mal fachmännisch Gulliglipper. Die neue Frequenz kann auf einem Foto im Software-Handbuch gefunden werden. End und aus. Wisst ihr was? Ich schaue dir mal eben nach. Weil man kann sie ohne ein Handbuch, was beim Spielen nicht dabei ist, eher wohl schlecht wissen. Deswegen... Die habe ich hier in einem FAQ. Also auf FAQ drinstehen. Ähm, Moment. Wo sind die ganzen Frequenzen? Wo sind sie? Nein. Da. 14066. Ich meine, ich könnte auch alle einzeln ausprobieren, aber... Naja. Ich werde meine Frequenz ändern. Es ändert die neue Frequenz durch ein Klopfsignal. Du musst es selber entschlüsseln. Ist das ein Arschloch? Wahnsinn! Da findet man die eine. Und ich weiß nur, was sie hier steht. 14024. Ist das ein Arsch. Wenn du Probleme hast, dann ruf mal McDonald Miller an. Er war einmal unser Ausbilder für Überlebenstechniken. Es ist gut, wenn man ihn kennt. Geiler Spruch. Es ist gut, wenn man ihn kennt. Hey, Chen ist auch da. Sehr schön. Vielleicht können wir am Freitag bei MGS sogar die 50 Zuschauer knacken. Wäre auf jeden Fall cool. Ich hätte nichts gegen. Definitiv. Wäre geil. So, äh... Er ist auch ein heller Kopf. Du kannst ihn alles fragen, was du möchtest. Er wird dir helfen, eine Lösung zu finden. Und ja, das ist der Miller. Ausbilder Miller. Früher bekannt als Katsuhira Miller. 140, 38. Dankeschön. Umso mehr du schwitzt, umso weniger wirst du bluten. Umso mehr Tränen du vergisst, umso weniger Game Over wirst du sehen. End und aus. Was würden wir nur ohne Master Miller tun? Scheiße. Das gibt's nicht, ey. Hat er noch mehr geile Tipps auf Lager? Die Not macht den menschlichen Willen nur stärker. End und aus. What the fuck? Ernsthaft? Komm. Come on. Du hast nur noch was Besseres. Was auch passieren mag, gib niemals auf. Du musst tun, was auch immer nötig sein mag, um zu überleben. Ende und aus. Ein Hoch auf Master Miller. Holly, weißt du was? Noch nicht einmal ich kann dir etwas über das Gefängnis erzählen. Sorry. Man sieht sich. Danke. Alex, wie schön, dass Snake dein größter Fan eingeschmächert hat. Nicht unbekannt. So ein Riesen-Ego. Campbell tut auch schlau und Alex ist verwirrt. Was kann denn noch groß schieflaufen? Nix. Gar nix. Definitiv nicht. Noch einmal. Komm, Master Miller. Hast du noch einen legendären Tipp für mich parat? Die Not macht den menschlichen Willen nur stärker, ja. Also, ich weiß nicht mehr, wie man es rausbekommt, an welcher Stelle. Aber. Mit Schwefel. Was? 42? Echt? 42 Zuschauer? Bei mir ist noch nicht aktualisiert. Woo! Hype! Geil. Freut mich. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll, jetzt hier an dieser Stelle wirklich diese Dinger wegzumachen. Das ist für mich. Das glaube ich habe ich im Guide damals gelesen, weil ich nicht irgendwo im Spiel das jemals gehört habe. Zumindest soweit ich weiß. Und man braucht dazu diese Rationen, wo Schokolade drin ist. Und wir haben vorher gehört, dass die Soldaten Schwefelsäure einsetzen, um die Ratten loszuwerden. Und anscheinend muss man jetzt darauf kommen, dass man mit Schokolade in Rationen, also mit Schokoladen-Rationen, kriegt man Schwefelsäure weg. Keine Ahnung. Aber es funktioniert. Warum auch immer. Ich habe jetzt keine Ahnung von Chemie. Ich will auch nichts Falsches sagen, aber das ist für mich, klingt nach einer Menge Bullshit. Ist das Lulu? Oh, sorry. Oh, geil. Ist das Lulu? Geil. Oh, das kam gut. Sorry. Okay. Ah, schwebt. Lulu. Ist das Lulu? Oh, danke, Becky. Jetzt muss ich gerade echt lachen. Ich habe die... Jetzt fehlt mir die verdammte Karte, um hier weiterzukommen. For real. Hat der eine Karte gedroppt? Nee, ne? Nee, gar nichts. Gar nichts. Das war gerade einfach nur die Situationskomik. Es kam einfach so völlig aus dem Nichts. Plötzlich Lulu. Herrlich. Ja, Need for Seat. Ja. Sehr gut. Ah, herrlich. Ich muss eben noch mal kurz was nachgucken. Äh, ich glaube... Ähm... Ich glaube, mich richtig erinnern zu können, wo ich jetzt lang muss. Ähm... Ba, 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 ba. Genau. Es ist normal, dass man es nicht erkennt. Genau. Ah, genau. Ja. Auch so eine Sache, wo man... Wo ich mich auch frage, wie man darauf eigentlich kommen soll. Man muss jetzt zurückgehen. In das eine Feld. Wo ich diesen einen Boss besiegt hatte, der immer aus den Gebüschen nach oben gekrabbelt ist. Und... Dort... Liegt jetzt... Jetzt. Liegt im Gebüsch irgendwo... Die... Die Karte, die ich brauche, drin. Wie gesagt. Fragt nicht nach dem Sinn. Akzeptiert es. Ich finde es aber teilweise echt ganz schön übels bescheuert. Okay, schnell sein. Ah. Panik. Falsche Karte. Okay. Ich lebe noch. So. Alex, durch die Schokolade im Schwefel werden die alten nordischen Götter, Hai und sämtliche Elemente dieses Planeten werden zufällig verändert. Get your facts straight. Dankeschön. Danke. Wenn ich euch nicht hätte, ne? Bin echt froh drum. Dann wäre ich jetzt mal schon nicht entdeckt worden. Beispielsweise. Mein Lebens ist schon wieder angekratzt. Mein armes Lebens. So. Okay. Weiter geht's. Kojima, der Teufelskerl. Ja. So kann man es auch nennen. Chan bekommt ein Glas Jauch oder einen Kübel Kospel. Kospel? Was ist denn Kospel? So. Kojima, der Teufelskerl. Na ja, das trifft es ehrlich gesagt sogar ziemlich gut. Alright. Das Ding hier ist anscheinend gerade kaputt oder hat keine Lust. Muss auch mal sein. Manchmal hat er aber keine Lust. Ich warte lieber einen Moment. Und weiter. Und weiter. Immer weiter. Weiter ins Verdaumen. Ich habe keine Geduld. Deswegen. Weiter. Ich könnte natürlich auch wieder eine Runde sechseln. Aber ich bin gerade so froh, dass mal wieder über 40 Viewers sind. Weil ich schon eh wenig mehr hatte. Das möchte ich nicht mit meinem Dreck sechsisch direkt wieder verscheuchen. Das muss ja auch nicht sein. Okay. Jetzt wieder hier so eine Sache, wo man... What the fuck? Wie soll man drauf kommen? Also. Jetzt. Wo ich so weit war an der Stelle. Ne. Noch nicht. Aber hier liegen auch manchmal so Sachen drin. Jetzt muss man durch dieses Feld nochmal laufen. Irgendwo hier soll das sein. Oder andere Ecke. Ich muss mal gucken. Irgendeine Art Karte 9 aufgehoben. Die liegt jetzt einfach bei einem alten Boss irgendwo im Gebüsch rum. What? Ich weiß nicht, wie man drauf kommen soll. Das macht keinen Sinn. Es macht wirklich so... Überhaupt gar keinen Sinn, warum das ist. Aber naja. Whatever. Cospil Kübel ist bei uns da, wo man den Bioabfall, also alles Organische rein tut. Und das stinkt halt wie sauer und schön hat sowas gern. Mmh. Cospil. Wo ist denn nochmal bei uns? Kannst mir doch nochmal für Springer helfen. Ah, das wäre nett. Weil ich mag ja andere Kulturen und so. Bestimmt jetzt irgendwie so. Keine Ahnung. Doch, hier in Stühlingen. Doch, ist das Hälte. Ja, Pseudo-Sexisch, das trifft's. Jetzt frage ich mich, was Becky mit Nice meint. Weil Becky jetzt gerade den klassischen Fehler eines Twitch-Chatters selber gemacht hat. Und zwar... Es ist Zeitverschiebung. Ich weiß nicht mehr, was du meinst. Meinst du mein Sexisch? Oder was meinst du? Ja. Hältst du mein Sexisch? Meinst du's auch für'n Arsch. Ich weiß. Wie ich Elsie, wie ich Elsie. Könnt ihr nicht schauen, dass ich viele Felden habe? So, genug mit dem Dreck. Genug Sexisch für einen Tag. Diddly! Hier, einmal auf die Schnauze und einen Schuss im Rücken. Alex, irgendeine Hardkarte 9. Wo macht das bitte Sinn? Oder irgendeine Art Raktion... Äh, das mit dem... Irgendeine Art? Das ist sowieso... Ich weiß nicht, warum sie sich für diese Übersetzung entschieden haben. Verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. So. Oh, hier wird man den Alarm los. Auch gut. Bei uns ist außerhalb Deutschlands, okay. Da unten im Gurten öchstreich. Und das spricht mein Coolspiel aus. Achso. Ah, das hat die Karte lag. Ja, ja. Total bescheuert. Ich kenne es nur aus dem Guide, den ich damals lesen musste, um dieses Spiel durchzuspielen. Weil ich einfach viel zu oft einfach Rätsel war, wo ich dachte, du bist du... Äh, was? Ach ja, rot, ne? Die letzten Karten, die man benutzen würde, natürlich. Niemals meinte dein Dialekt. Ich hab' mir schon gewundert. Irgendwo weit hinten. Ja. Ach ja, warum heißt der eigentlich Solid Snake? Also, Snake könnte man ja irgendwie erklären. Aber warum Solid? Es gibt keine flüssigen Schlangen. Das sagst du so. Und dein Gegenspieler heißt im nächsten Teil Liquid Snake. Von daher, überleg das nochmal. Sag mal, Codenamen. C-O-D-E. Nicht K-O-T. Wohlgemerkt. Ihr kleinen Schweinchen. Also, wer will schon einen Codenamen? Den möchte auch keinen Namen. Boah, nee. Dort kann man dich ja nicht anhören. Das glaub ich auch. Stimmt auch. Also, ich bin auch in Österreich und kannte das Wort nicht. Ja, ich kenne sowieso österreichische Wörter gar nicht. Von daher. Alles klar. So. Sagt er was dazu? Du solltest die Karte 9 von Jungle Evil bekommen können. Meinst du nicht Karte 8? Er hat nur Karte 8. Ah! Wenn man hier nochmal in den Raum geht. Stimmt, so war das. Du musst in den Raum gehen, versagen und wieder reingehen. Und dann rufst du einen an. Nein, er hat die Karten 8 und 9. Er muss sich irgendwo fallen gelassen haben. Such die Gegend ab, in der er war. Die Karte sollte dort sein. Mach weiter so mit deiner guten Arbeit. Okay. Danke. Ich glaube, in MGS4 erfahren wir auch Snakes echten Namen. Hm. Aus der Verbrechung schon mal geht es von der 1. Karte 9. Endlich. Dr. Matna. Ah, Snake. Du kommst zu spät. Er ist bereits von uns gegangen. What? Wie zum Teufel ist Matna schon hier? Sein Herz hat es nicht mehr ausgehalten. Warte. Was ist denn das für ein blauer Fleck in seinen Nappen? Kein Grund zur Sorge, Snake. Marv mag vielleicht tot sein, aber die Pläne für Eulix sind in Sicherheit. Also, der Marv, den wir jetzt die ganze Zeit gejagt haben oder gesucht haben und retten wollten, ist tot. Toll. Marv war ein sehr faulterer Mann. Er hat eine Kopie der Pläne ran gefertigt für den Fall eines Nordfalls. Er hatte den Ruf eines Videospiel-Enthusiasten. Er hat Videospiele sich sogar jeden Monat aus dem Western schicken lassen. Vor ein paar Tagen hatte er im Mikrofilm die Plattine einer seiner Spiel-Cartridges versteckt. What the fuck? Würde ich auch so in die Packung von Mass Effect, würde ich auch so den Atomwaffen-Code reinlegen. Es war ein MSX-Cartridge, hergestellt von einer japanischen Firma, die man Konami nennt. MSX. MSX? Das ist doch die meistverkaufte Computermarke der Welt, oder etwa nicht? Soll er zu noch sagen. Dann versteckt er das Cartridge in diesem Schrank hier. Wo ist der Schlüssel? Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht aus dem Raus gekriegt. Ich meine, das hat er mir nie gesagt. Aus ihm raus gekriegt? Dr. Matna. Anruf? Hey, Takuno. Moin moin. Snake, du bist in Gefahr. Holly, was ist los? Snake, es ist Matna. Ich dachte, mir wäre etwas seltsamer ihn. Deshalb habe ich die Agency ihn überprüfen lassen. Nachdem er von Outer Heaven gerettet wurde, scheinbar liefen die Dinge nicht so gut für ihn. Seine radikalen Theorien wurden vom Westen abgelehnt. Er wurde als Verrückter entlassen und aus der Gemeinschaft der Wissenschaftler ausgeschlossen. Und wie die Zeit verging, wurde er vergessen. Matna war auch nicht so glücklich mit der Gemeinschaft der Wissenschaftler. Er muss noch eine Möglichkeit gesucht haben, es ihnen heimzuzahlen. Das war, als das Land Sanzibar ihn überredete, ein Doppelagent zu werden. Warum sagst du das nicht gleich? Er nutzte seinen Status als Wissenschaftler, um technologische Geheimnisse aus Ost und West an das Land Sanzibar weiterzugeben. Und Dr. Marv verschwinden? Das ist richtig. Der Zeitpunkt war zu perfekt. Matna muss jedes Detail von Marv's Reiseroute in den USA verraten haben. Matna war die ganze Zeit schon hinter Eulix her. Deshalb wollte er auch mit Marv zusammen nach Amerika gehen. Verdammt. Ich denke, du fasst, Snake. Ich gab alles auf, um ein Teil deiner Welt zu sein. Sogar das Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin. Aber deine Welt hat nur Verachtung und Beschimpfung für mich übrig. Aber deine Welt hat nur Verachtung... Ah ja, okay. Ich wollte doch nur Metal Gear fertigstellen. Wow. Es ist doch eher ein ernstiges Spiel, Becky. Nur die alten Titel sind noch sehr cheesy. Und Humor ist trotzdem ein großer Teil, auch in anderen Parts. Aber hier ist teilweise wirklich noch... Da haben die noch ein bisschen den Cheesegrad, ein bisschen sehr hoch gehabt. Alex, liebst du mich auch? Natürlich liebe ich dich. Es ist der höhere Punkt meines gesamten Lebenswerks in der Robotologie. Aber deine Politiker waren ja auch nur ein Blödsinn. Wie SDI, NEDW und Gehirnbomben interessiert. Gehirnbomben? What the fuck? Was ist das? Will ich kennenlernen? Ich habe wissenschaftliche Geheimnisse des Osten und Westen an das Land Sanctibar weitergegeben. Und im Gegenzug haben sie mir bei Bemühungen geholfen, Metal Gear zu verbessern. Madnar. Madnar, hast du einen Dr. Marv getötet? Ja, er wollte nicht die Geheimnisse von Eulix mit mir teilen. Und ich habe auch den Tod von Gustavar auf der Brücke verursacht, indem ich Fox aus dem Abwasserkanal heraus kontaktiert habe. Die Pause im Badezimmer. Das Ei. Snake, ich weiß, Marv. Nein, Gustavar, gab den Schlüsse für den Schrank. Gib ihn mir. Ich kann nicht atmen. Mein Gott. Meine Schwester. Meine größte Schwäche. Ein, eine, ein wilder Wissenschaftler auf dem Rücken. Okay. Genau so tötet man Wissenschaftler. Man hat sie auf seinem Rücken. Legt Sprengstoff. Wie viele verdammte C4-Sprengstoffe hält der aus? Boom. Fuck you. Tod ist er. Wie hat der so viel ausgehalten? So, jetzt haben wir hier die Brosche. Ja, mit diesem, diese Brosche können wir in einen Schlüssel verwandeln. Das haben wir ja schon festgestellt. Nur dazu müssen wir erst wieder... War das Gebäude 1? Ich gucke mal lieber nach, bevor ich hier Zeit verschwende. Weil es wird ja auch langsam spät, fällt mir auf. Ähm. Ja, erstes Gebäude. Moment, Moment, Moment. Du, 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 du... Du, 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 du... Da ist eben noch eine Karte noch mal checken. Ich muss eben nur kurz sicher sein, in welchen Raum ich noch mal gehen muss. Ganz, ganz schnell geht das. Tut mir leid. Okay, gut. Gut, gut, gut. Dann war das der Raum. Ja, alles klar. Wir müssen in den Kälteraum, weil es gibt mehrere Räume. Okay. Weil es gibt, es ist was Übles. Alex, bist du Deutscher? Natürlich. Also, was heißt natürlich? Aber ja, ich bin Deutscher. Wieso? Das ist eine sehr irritierende Frage, so aus dem Nichts. Was ist los? Gustavus Brosche scheint aus einer Erinnerungslegierung gemacht zu sein. Versucht, die Temperatur der Brosche zu ändern. Ende und aus. Warum litt jemand nur so vage in ihren Tipps? Alex, die Brosche riecht wie Gustavus. Snack ist voll der Creep. Steht das da? Creepy. Das ist wirklich creepy. Wissenschaftler tötet man so. Pi ist genau drei. So. Wieso kann ich nicht hauen? Achso, ja. Dein Bierchen ist alle. Dein Mathelehrer tötet man, indem man durch Null teilt. Ja. Das stimmt. Damit tötet man sowieso die Welt. Wenn du Pech hast. So. Also. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück zu Gebäude 1. Ja. Hey, Don Kiwi. Auch wieder dabei. Sehr schön. Gerade erst gesehen, dass der Stream läuft. Aber naja, bin auch da. Hey. Er hat aber auch gesagt, am Ende geht es weiter. Das nennt sich Liebe auf den ersten Blick. Was für eine Liebe. Wir hatten sie sieben Minuten. Die beiden. Und er ist hier sofort super horny. Ein bisschen übertrieben. Und hier war doch die blaue. Oder auch nicht. War das sieben? Acht? Ja. Okay. Okay. Aber ich rede nicht so wie der. Wie wer. What? 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 Ah. Alarm ist weg. Okay. Äh. Wartet mal. Ich muss eben noch mal kurz was nachschlagen. Okay. Weil es gibt hier zwei verschiedene. Äh. Zwei solcher. Äh. Dinger. Wo man sich mit seinem. Mit seinem Karton draufstellen kann. Und nur eine davon führt dorthin, wo ich jetzt hin will. Was ist das für ein Staubsauerer? Was für ein Staubsauerer meinst du? Achso. Das ist doch kein Staubsauerer. Das ist äh. Äh. Mir fällt gerade das richtige Wort. Dafür nicht ein. Achtscheiß drauf. So. Ähm. Ladefläche, Ladebannen, was auch immer. Fertig das Wort nicht ein. Ist so egal. Alex, die einen Schnüffel unterwäsche. Snack wird von dem Geruch von Broschen. Von toten Wissenschaftlern angetönt. Bitches, Bjorni. So sieht's aus. Okay. Hab eine Streamaufzeichnung von dir angesehen. Hört mal schon sehr raus. Achso. Ah. Ihr redet miteinander. Okay. Ja, ich wusste ja, dass wir mit auf Streams auch nicht waren. Dann hättest du bei YouTube am Start bleiben müssen. Da hab ich Bescheid gesagt. Aber ist doch nicht schlimm. Alles gut. Man lernt ja. Und ich muss seit früher anfangen, weil ich nicht genau wusste. Seht ihr jetzt mich immer schon mal in Gebäude 2? Schon mal etwas näher dran. Das Ding ist, was ich eben noch nachgucken muss. Das muss ich mir nochmal kurz angucken, weil mit welchem Weg man nochmal richtig dann zurückkommt. Weil dieser Schlüssel bleibt dann ja nicht ewig so. Übrigens kann ich nicht aus dem Karton heraus schießen, so awesome das auch wäre. Geht leider nicht. Was ist mit der Karte? Der? Mit sieben. Ah, genau. Das war nicht der Plan. Aber mit diesem... Mit dem Förderband. Jetzt fällt mir das verdammte Wort auch ein. Mit dem Förderband, was ihr dort gerade gesehen habt, mit dem können wir dann wieder zurück zu Gebäude 3. Genau. Wer an eine Bratwurstbrat... An eine Bratwurstbrat geht. Ach komm, Mr. Jeff. Hast du nichts Besseres als das Seid? Ja, Förderband, genau. Ach. Ach, komm. So. So, 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 so. Also wieder back to the jungle. Also wieder quer durch diese kurze Wüste. Wie sind die eigentlich auf einen Karton gekommen? Gute Frage, wie die drauf gekommen sind. Aber die haben sich überlegt, was würde Sinn machen? Was könnte man überhaupt in so einer Anlage finden? Worin man... Wo man sich drunter verstecken könnte? Also wenn ich so jetzt rein logisch versuche, drüber nachzudenken, würde ich auch nur auf den Karton kommen. Was ist... Was kann man mit sich schleppen? Halbwegs mit sich schleppen. Und man kann sich drunter verstecken und sich trotzdem noch ein bisschen bewegen. Aber im Endeffekt... Na... War es ein Stück weit halt auch ein bisschen Genie. Er konnte natürlich nicht ahnen, wie toll das sein wird. Und wie die Leute darauf abgehen. Und was für ein Standard das dann wird. Weil in jedem einzelnen Metal Gear Solid Teil ab dem ersten Metal Gear findet man einen Pappkarton. Unter dem man sich verstecken kann. Und Kojima hat wahrscheinlich auch einen Sitzen gehabt oder so. Würde mich nicht wundern, wenn der auch leicht besoffen war, als er dieses Spiel designt hat. Ah, das Logo ist immer noch geil. Foxound. Leider ist mein T-Shirt jetzt in der Wäsche. Sonst hätte ich es ja immer noch an. Ich hätte es auch fast nur für den Stream angezogen. Dann dachte ich mir aber, ich will jetzt nicht stinken, nur für den Stream. Ihr könnt zwar nicht riesen, aber ich dann. Das muss ja nicht sein. Ähm... Rote Karte. Genau. 100 Gummipunkte für den, der sich jetzt erinnert, was ich jetzt mit diesen neuen 789-Karten so treiben kann. Ich schlucke den Scheißgrad wie nichts. Oh, ja, ja. Ich weiß. Dann kriegen wir jetzt eine grüne Karte. Und diese vereint Karten 7 bis 9. Jep. Entspannt. Leider gibt es keine Karte, in der einfach alle drin sind. Aber, naja. Was soll's. Also, mit dem... Und das läuft. Ähm... Fuck Egal Der andere erstmal Ich geh nach oben So Musst du mitfahren? Selbst schuld Noch mehr? Was geht mit euch? Ist das kein Hobby? Hey, mein Aufzug Was? Mann seid ihr nervig Habt ihr es bald? Kommt noch eier Gut, jetzt ist Ruhe 5, 5, 5 Alex So, wieder Ruhe eingekehrt Ruhe im Karton Nehmen wir euch die blaue Karte Genau Und für den Dining Room Muss ich wieder nach oben Und von dort aus nach links Das ist Bis zum nächsten Mal.